Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tingshu, Wrath of Heaven. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben bei der Wiederauferstehung von Lord Mayo, beziehungsweise von Onikage. Und genau, jetzt wurde Prinzessin Kiku, die Tochter von unserem Fürsten Gorda, wurde entführt. Ah, hier kann ich nicht mehr mitnehmen, genau. Und wir sollen die jetzt aus den Fängen des Bösen befreien. Okay, ja, was haben wir denn hier? Stop the Effektion? Ah, Gegengift, okay, Gegengift. Strength Potion, nee, das brauche ich nicht. Ja, genau, dann würde ich sagen, ich habe drei Rauchbomben, nee, zwei Rauchbomben mit und eine Bombe. Und dann würde ich mal sagen, starten wir mit der Rettung von Prinzessin Kiku. Ja, genau. So, wir waren ja in der Kaverne da drin, ne? Never Spill the Lord of the Innocent, ja. We're using stealth, okay. Jetzt gehen wir ins Ronindorf. Okay, alles klar. Ja, wieder schön nach der Arbeit hier ein bisschen zocken. Yeah. Tenrai, wer ist denn Tenrai? Tenrai? Wer ist denn Tenrai? Ah, ich glaube, die müssen wir killen, die da vorne. Die müssen wir killen, glaube ich, ja. Wetten, wenn ich jetzt da hingehe gleich, dann, äh, ja. Nee, diesmal nicht, diesmal nicht, Junge. Ja, ah, nein, da ist noch einer. Fuck, das wusste ich nicht. Oh, das wusste ich nicht. Oh, shit. Geh weg. Geh weg. So, direkt mal hier verstecken. Scheiße, ich wusste nicht, dass da noch einer ist. Ah, da ist er doch. Da ist noch einer. Das sind zwei Leute hier, okay. Oh, und ich habe hier ein paar Bugs irgendwie drin, Bart. Ah, auf dem Dach. Okay. Der geht hier runter. Warum habe ich jetzt hier Soundbugs so kleine? Äh. Moment mal. Ah, das geht aber jetzt, ja. So, Augenblick. So, ich habe das mal ein bisschen umgestellt. Der hat die Leiche entdeckt, okay. Da hinten ist noch einer, ich sehe ihn. Aber. Okay. So, dann. Ja. So. Da hinten ist der Nächste. Und hier vorne ist direkt der Andere. Oh, was ist das denn jetzt hier für ein Ruckler? Hallo. Warum gibt es das? Warum sind das jetzt hier so Ruckler? Äh, keine Ahnung. Was, 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 was? Ninja. Hier ist kein Ninja. Hä. Hier ist kein Ninja. Beruhigt euch. Aber warum ist der, warum ist das denn jetzt hier auf 50 Frames per Second? Äh, egal. Oder ich werde vielleicht einen Schnitt machen sogar. Und mal gucken. Ne, jetzt geht's, jetzt geht's. Oder? Ja, jetzt, jetzt scheint es zu gehen, okay. So, schon besser. Oh, so. Oh mein Gott, ey, ich hab so Schiss hier. Aber das ist wieder so ein Dorflevel. Die mag ich ja persönlich sehr gerne. Ah, da ist einer. Ah, soll ich den mit... Einen muss ich mit dem Blasrohr killen. Dann kill ich doch den da hinten mit dem Blasrohr direkt. Und... Nein, nicht getroffen. Shit. Oh Gott, oh Gott, Avira. Oh mein Gott, warte, einen Moment. Wir, die Legs des Todes hier durch Avira, oder was? Ja, deswegen. Vielleicht war es deswegen, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der jetzt da hinten. Und der andere ist da. Okay. Dann... Yes, den haben wir. Sehr schön. Doch. Sag nicht no. So. Oh, Mensch, Avira. Nervlich. So. Da ist der Nächste. Und den können wir doch hier direkt, oder? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Was? Wo? Nein, nein, nein. Mach keine Moves. Mach keine Moves. Mach keine Moves. Irgendwo hier ist noch einer. Ah, wo denn? Ah, scheiße. Hinten. Ah, ein Bogenschütze. Okay. Ah. Da ist noch einer. Aber du siehst mich nicht, ne? Ne, du siehst mich gerade nicht. Okay, alles klar. Der andere auch nicht. Ah. Ah, nein. Nein, 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 nein. Bogenschützen, die können sich nicht wehren. Das ist gut. So, dann können wir jetzt hier mal... Zack. So. Nein. Ah, fuck. Okay, geh weg. Hau ab. So. Aber irgendwie ist das mit dem Sound hier echt gerade ein bisschen fruckelig. Ich muss da gleich nochmal gucken. Keine Ahnung, woran das jetzt genau liegt. Äh, ja, Freunde. Ich würde sagen, ich mache nochmal einen kurzen Schnitt, weil ich habe hier gerade irgendwelche Legs. Also bis gleich. Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Und genau, ich habe jetzt mal eine Einstellung geändert. Und mal gucken, ob wir jetzt hier die Soundbugs mal ein bisschen reduzieren können. Aber es sieht gut aus, ja. Ja, jetzt ist es wieder auf 100%. Ah, shit. Was machst du denn da hinten? Ja, genau. Okay, und die können ja nicht nach oben gucken, ne? Und zack. Nein! Oh, Gott sei Dank. Boah, was war das denn? Der war geil. Okay. Oh. So. Na ja, dann. Weiter geht's. Genau. Wir sind ja hier, ne? So, ich hoffe mal, dass wir jetzt mal eine gute Statistik in diesem Level kriegen können. Weil das Level, das scheint mir doch sehr einfach. Beziehungsweise einfacher als das letzte. Da. Ah, da ist ein Tier. Okay. Und ein Haltrankheim. Okay. So. Da muss ich jetzt aber gucken. Ich habe keinen Shuriken mitgenommen. Deswegen muss ich jetzt abwarten, bis der hier hinkommt. Und der sich dann wieder rumnullt. Da ist ein Gegner noch. Okay, alles klar. Dann kümmere ich mich erst mal um den Gegner. Äh, wo geht denn der hin? Der latscht hier unten rum. Okay. Was macht der denn noch? Hä? Wo ist der auf einmal hin? Der ist wahrscheinlich hier in dem Haus. Boah, ist das gemein. Ist das gemein hier. Wenn ich den Hund kille gleich, dann ist der Gegner da. Dann ist der Gegner da! Fuck! Ah, ich wusste es, ey. Ah, blöd. Blöd. Ah, Mann. So. Jetzt aber. Komm hier und zurück. Ah, genau. So, wo rennst du rum, mein Freund? Da unten! Da bist du. Lost him. Sehr gut. Ah! Was machst du? Oh, kommt der hier hoch, ey. Kommt der hier hoch, eiskalt. Egal, den haben wir. Den haben wir. So, dann geht's mal weiter. Hier war doch ein Heiltrank. Ah, schaut mal. Diese Wegmarkierung. Kennt ihr die noch? Was ist das denn? Krass, der sieht irgendwie aus. Keine Ahnung, wie Jackie Chan oder so. Da ist der Heiltrank drauf, da oben. So, dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Heiltrank, sehr schön. Da ist schon der Nächste, da hinten. Okay. Ah, mein Freund. So, geht er hoch, reik... Ah, nee, den kann man auch so machen. So. Schön anschleichen jetzt. So. So, und dann... Wir gehen mal aufs Dach, Rekimaru. Sehr schön. Und gehen nach links, weil da vorne ist ja der Gegner. So, genau. Okay, wenn er jetzt das nächste Mal hierhin kommt und sich dann rumdreht, ist er fällig. Ah, beobachten. Schön beobachten, die Gegner. Ist hier irgendwo noch jemand? Ah, der... Nee, okay. Der sieht mich nicht. Das kannst du vergessen, mein Freund. Wir drehen sich bestimmt nochmal. Nein, 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 okay. Diesmal nicht. Und, 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 und. Sehr schön. Geil. Okay, den haben wir. Zack. So, Junge. Rekimaru Sky. Ah, hier muss ich hin. Okay. Aber gibt's hier irgendwo noch jemanden? Ich guck nochmal gerade. Ah, ich weiß nicht, warum das... Ah, warum das manchmal ein bisschen laggt. Keine Ahnung. Ist das ein... Hier sind ab... Nee, hier sind keine ab. Okay, hier ist, glaube ich, keiner mehr. Gut, dann können wir weitergehen. Gehen wir mal in dieses geheimnisvolle Loch. So, einmal Solid Snake. So, einmal Solid Snake hier. So. Genau. Ah, wir sind unter Wasser. Wir sind nicht unter Wasser, aber im Wasser. Und... Da ist doch direkt ein Gegner. Schaut mal. Ich geh trotzdem raus und düpp mich aber... Ah, da ist noch ein Hund. Okay. Ich verstehe. Dreht er sich auch mal rum? Ja. Alles klar. Nein! Nein, 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 nein. Ah, auf dem Wasser. Da... Höh, ernsthaft? Da ist noch einer. Auf dem Wasser laufen darf man nicht, weil dann werden die aufmerksam. Ich verstehe. Ah, ich kann hier nicht weg. Das ist das Problem, ne? Aber der sieht mich zum Glück nicht. Jetzt muss ich noch... Ah, der geht weg. Ah, aber der andere, der steht noch so blöd. Ich probiere es. Nein, 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 nein. Wie soll ich denn hier rauskommen, ohne zu planschen? Hallo? Ich weiß das nicht. Irgendwie muss ich doch hier rauskommen, ohne zu planschen. So, da ist der andere. Da hinten ist noch einer. Okay. Ah, der geht wieder... Ah, nein. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das hier machen? Ja, ich glaube, in die andere Richtung muss ich erstmal gehen. Sieht der mich denn da? Aber da ist noch ein Hund. Fuck, da ist noch der Hund, ey. Ah. Aber das ist okay. Nein, nein, nein. Boah. Shit, ey. Nicht, nicht laufen auf dem Wasser. Nicht laufen auf dem Wasser. Da ist nämlich noch der Hund. Oh, das wird krass, den jetzt zu killen, ey. Ne, ich, ich, ich nehme nicht erst den Hund. Gut. Ich hänge mich erstmal hier oben dran. So. Weil der Gegner da hinten, der kann mich hier nicht sehen. Da ist noch einer. Ah, nee, das ist eine unschuldige... Nein! Ah, fuck. Scheiße. Ah, wei! Nach der andere. Fuck! Ich wusste, dass das schief geht, ey. Ich wusste es einfach. Versteck dich einfach mal hier, ey. Boah, das ist ja heftig hier. Zwei Gegner. Wie soll man die denn kriegen? Wie soll man die denn kriegen? Jetzt mal ehrlich. Frage ich mich jetzt gerade wirklich, ne? Verzwickte Situation. Ich bin doch mal mutig. So. Dann schauen wir mal weiter hier. Geht er hoch? Sehr schön. Weil das macht nämlich kein... Oh, der dreht sich schon wieder dann rum, wenn ich komme. Das ist doch wieder verarschig. Da ist eine unschuldige. Ich hoffe, dass sie mich nicht sieht. So. Hier unten ist der Hund. Den kenne ich so. Yes! Geschafft! Boah, geil! Das war geiler Sprung. Ah, das ist eine Granate. Geil. Okay. Sehr schön. Grenade. Nein, nicht hochgehen! Was macht der Trottel denn? Oh! Alter! Tee, hä? Beruhig dich bitte. Beruhig dich bitte und geh weg. Nein! Ich hänge im Wasser fest. Das ist das Blöde, ey. Egal. Ne, ich mach's anders. Ich geh da hoch jetzt. Da ist die unschuldige. Genau. Diese hübsche Frau da. So, da ist der Gegner. Ah, der dreht jetzt wieder seine Runden da. Oh Gott. Na gut, egal. So. Na und? Was? Was macht der denn? Ah, er hat eine Leiche entdeckt. Okay, ich verstehe. Er hat eine Leiche entdeckt. Was macht... Oh! Alter! Was machst du denn? Oh! Scheiße! Was macht der denn? Wie ist der denn drauf? Was macht der? Oh! Ah! Da unten ist der doch. Springt der jetzt hier hoch, oder was? Ne, er dreht seine Runde. Okay. So. Okay. Der kommt jetzt bestimmt hier hoch, ne? Ja. Und zack! Sehr schön. Und weg hier. Oh Gott sei Dank. Okay, wir haben's. Dann gehen wir mal hier auf das Dach hier. So, bis jetzt. Einige Stealth-Kills, aber auch oft entdeckt worden. Ah, da sind direkt zwei. Ich hab's ja gesehen. Da sind direkt zwei Typen. Okay. Aber hier kann man sich ja jetzt anschleichen in Ruhe. Wenn die beide weggucken, schleiche ich mich erstmal an. Ach ja. Ich freu mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Tanks to Wrath of Heaven. Ah, da ist noch ein Atem. Auch wenn ich hier gerne mal fahle. Aber es ist ja... Es muss ja... Es soll ja auch Spaß machen, ne? Und das... Das tut es definitiv. So. Wenn der sich jetzt... Oh. Der dreht sich immer falsch rum, der Richter. So, jetzt, oder? Und ja, genau, okay. So, dann kann ich mich jetzt hier oben dran hängen. Ah, nee, ich mach's anders. Moment. Oh Gott, ich hab so Schiss, ey. Der da oben. So, jetzt. Und, genau, und, und... Ah, yes, geschafft. Geil. Ah, geh weg, geh weg. Nein! Da ist doch der andere. Wieder so ein scheiß Bogenschön. Ah! Ah, da ist noch ein Hund. Okay. Ja, dann... Dann hau ab, du Töle. So. Ah, was sagst du denn? Ah! So, weg mit dir. Alles klar. Was haben wir hier noch? Da ist nix, okay. So, da haben wir hier... Ich will eigentlich mal die Kombos ausprobieren in Ruhe. Moment. Ja, mal hier. Schlagen, schlagen. Okay, Daumen hoch, okay. Ja, ich weiß nicht, wie die Kombos gehen könnten. Hinten ist die Unschuldige. Ja, genau. Das ist die Unschuldige. Genau. Und nimm dir das Item. Was ist das denn? Ah, Fahrpreis. Okay, ja, das brauche ich eigentlich nicht. Ist egal. So, was ist denn da hinten? Ist das wirklich nur die Unschuldige? Ah, was ist denn jetzt los? Oh Gott, schwarze Bildschirm. Ah, das ist die Unschuldige, okay. Geh runter hier, komm. Geh runter und... Zentrier ist hinter dich. Frage ist, wo muss ich jetzt hin, hä? Ah, hier irgendwo. Moment, oben. Ah, da oben, oder was? So, schau mal, ob du da hochkommst. Nee? Oder hier oben? Nee. Hä? Wo ist das denn hier? So, irgendwo hier muss ich weiterkommen. Ah, hier kaputt schlagen, oder was? Nee? Nee, okay, Moment. Äh, never... Call Interhals, ja, okay. Ähm... Ah, hier. Okay. Ich weiß wo. Bei der Unschuldigen. Gut, Rekimaro, geh hoch. Sehr schön. Ah, genau, da. Hier kann man doch direkt... Und zack, geil! Okay, sehr schön. Oh, der war gut. Zack. Ah, ich erfasse die Zeichen voll. So, ich muss aber genau andersrum. Also, so rum. Da! Nein, nein, nein! Oh Gott, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Oh, oh, der ist die Unschuldige. Oh Gott. Heftig. Ah, okay. Okay, alles klar. Tup, 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 tup. Ah! Ich bin extrem mutig. Und ich werde natürlich entdeckt. Scheiße! Egal. Komm, trau, lauf weg. Lauf einfach weg. Hier hinter. Und dann... Verdammt, scheiße. So, jetzt... Ey, der entdeckt mich tausendmal hier. Das ist... Oh! Hä? Okay. Ah, blöd. Das sind zwei. Ah, das wusste ich nicht. Oh, ich krieg voll auf die Fresse grad. Das sind zwei. Da ist doch die Unschuldige drin. Ah. Hä? Ah, ich hab Pfeil geklaut. Okay. Ah. Mensch. So, jetzt geh hoch. Ja. Und geh zurück. Und beruhigt euch. Beruhigt euch. Ihr sollt euch beruhigen. Oh, Mensch. Bleibt da unten, ey. Oh, Gott sei Dank, ey. Bleibt da bloß unten, Mensch. Ich will nämlich echt das erste Mal Großmeister schaffen, wenn's denn irgendwie geht. Und zack! Ja! Kill von oben! Geil! Okay, und direkt runter hier. Ah, ich hab die Zeichen. Sehr schön. Hui, hui, hui. Ja, ich bin. Grappling-Hook-Kombo. Was ist das denn? Link-Kombos, wer so Grappling-Hook-Kombo? Du, bevor wir Grappling-Hook-Kombo, presst der Dreieck-Button. After-Landing-A3, 60-Schlecht-Kombo. Keine Ahnung. So. Der ist tot. Und der geht weg. Alles klar. So, und da müsst ihr jetzt direkt dran. Yes! So, das habt ihr davon, wer ihr nämlich entdecken müsst, ey. Penner. Nimm den Heiltrank. Und ich werd jetzt mal einen kleinen Cut machen, weil ich möchte wissen, ob der aufnimmt. Und ja, genau, dann würd ich sagen, bis gleich. Hallo zusammen, da bin ich wieder. Äh, und ja, der nimmt auf alles. Also ist alles gut hier. Und genau. Ah, wir haben einen Punkt gesehen, da müssen wir nämlich hin. Okay. So, dann gehen wir mal hier oben drauf. Okay, das schwebt in der Luft, ist auch geil da oben. Diese Fackel da, die schwebt in der Luft. Ah, nee, okay. Ich hab nix gesagt. So, jetzt sind wir hier so zwei Fässer. Oh, das sieht ja krass aus hier, okay. Soll ich hier rein? Ah, okay. Da ist direkt ein Gegner. Direkt, voll übertrieben. Boah, ich hab so Schiss, ne? Oh, Gott sei Dank. Ja, geschafft. Oh, geil. Ha. So. Sehr schön. Wo ist der Nächste? Da. Da ist der Nächste schon. Und? Da ist noch einer. Nein! Da ist noch einer, der hat mich gesehen. Oh, geiler Kick. Da ist noch einer und der hat mich gesehen. Ey, Mann. Oh, Mann. Äh. Ah! Aua, das tut doch weh. Hör doch auf. Mach doch nicht sowas mit mir. Mach doch nicht sowas mit mir, Typ, ey. Boah. Oh, scheiße, ey. Ich glaub, Großmeister wird jetzt echt schwer. Ah, er hat die... Okay. Er hat die Leiche entdeckt. Okay. Ist bis jetzt noch nicht so schlimm. Äh, okay. Lost him. Sehr schön. Nein, nicht so rum gucken. So rum gucken sollst du. So, und? Wie rum steht der denn? Mensch. Oh, ich kann's nicht gucken, ne? Wie rum steht der? Wie rum steht der? Der ist weggegangen, glaub ich. Ja, der ist weggegangen. Okay. Ah, Wasser, ja. Blöd. Das mit dem Wasser ist echt fies gemacht, dass die dann echt aufmerksam werden, wenn man läuft auf dem Wasser. Da ist er doch. Ist das der? Ja, das ist der. Okay. Oh, Mann. So. Okay. Ah! Oh, Mann. Okay. Da ist der. Und? Der kommt hier hin. Okay. Der kommt hier hin. Okay. So. Geh zurück. Geh doch zurück. Was machst du denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Aber der geht doch gleich irgendwann zurück. So. Sehr schön. Schön hier um die Wanzen. Tch. So, wenn der jetzt zurückgeht, dann... Ah, shit. Ah, ich glaube, ich habe den Moment jetzt verpasst. Oder? Nein, 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 nein. Sehr geil. Okay. Gut, den haben wir. Alles klar. Zack. So, haben wir... Hier haben wir doch jetzt alle, oder? Einen Moment, aber vielleicht ist da ja noch ein Item drauf oder so. Auf diesen Fässern hier. Zack, zack. So, da ist nichts. Seht ihr da? Das dachte ich mir nämlich schon. Dass hier noch ein Item oben drauf ist. Die sind immer versteckt bei Tankschu. Immer. So. Was ist das? Ah, Ninja Revers. Okay, geil. Okay. Da geht es weiter. Nächste Stage. So. Oh, das sieht cool aus hier. Ah, da unten ist der. Ich habe ihn gesehen. Da unten. Und da ist noch einer. Ja. Okay. Sehr schön. Und zack. Oh, geiler Kill. Yeah. So. Geil. Okay. Sehr geil. Aber warum ist das hier immer wieder manchmal bei uns Sound? Guck, lache. So, genau. Da ist sein Nächste. Oder was? Oder ist das kein Gegner? Doch, oder? Das... Oder? Hat der eine Waffe? Ah, ich nicht. Ich lasse den mal leben. Der sieht aus wie ein Unschuldiger. Wer denn? Ah, hier. Oder was? Ah, ja. Ah. Ah, eine Unschuldige. Okay, okay. Ich verstehe. Aber die Unschuld... Ist das ein... Ist das ein Gegner oder nicht? Nee, der hat kurze Hosen an. Der sieht nicht so aus, als hätte er eine Waffe. Also, nee. Kein Gegner. Da unten ist die Unschuldige. Ich wusste, dass der runter geht. So, und geht er hoch. Nein, 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 nein. Nix. Nix, Fräulein. Nix. So. Oh, Mann. Okay. So. Okay. Meine Frage ist jetzt, wo sind die nächsten Gegner? Da! Okay, da ist einer. Der hat nämlich eine Waffe. Leute, die keine Waffe haben, sind, glaube ich, Unschuldige. Was bringt das eigentlich, wenn ich die mit einem Bogen abschieße? Naja, egal. Boah, wie soll ich den denn kriegen? Wie soll ich den denn kriegen? Der geht ja eine richtige Scheißrute jetzt. Oh Gott, ich glaube, da muss ich hinten hin. So. Da ist doch auch noch einer. Ja, da ist auch noch einer. Da ist keiner da rechts, okay. Den können wir uns holen. Ah, da ist doch der Unschuldige. Da ist noch einer. Drei Leute, WTF. Okay. Und die kommen beide hier hin. Okay. Scheiße, wie soll ich die denn killen? Der geht weg. Okay, dann. Und zack. Sehr schön. Und direkt zu dem anderen Typen. Und direkt zu dem anderen Typen. Yes. Geschafft. Und der Unschuldige da hinten, der sieht mich gleich. Oh. Gut, ey. Das war geil. Oh, das war geil. Oh, yes. Der war nice. Hehehe. So. Sehr schön. Ja. Ich werde langsam warm mit dem Spiel hier. Ah. Ich werde langsam warm. So. Alles klar. Da ist der Unschuldige, ne? Ja, das ist der Unschuldige. Okay. Wobei, ich weiß nicht, dass das ein Unschuldiger ist. Ich schätze es einfach mal. Und ja, genau. Ähm. Wo wir jetzt hier so schön ein bisschen Zeit haben zu reden. Äh. Muss ich eine kleine Anmerkung machen. Eine Ankündigung. Und zwar, ich bin Donnerstag und Freitag nicht da. Ich bin auf einem Mitarbeitertreffen. Und, äh, deswegen kann ich nicht aufnehmen. Aber deswegen nehme ich ja jetzt hier schon den Part auf, quasi. Damit ich ein bisschen Puffer habe. Um dann am Wochenende die Parts hochzuladen. Genau. Ja. Also, ihr kriegt eure Folge. Ob ihr wollt oder nicht, ihr kriegt sie. So, und? Kill von oben. Ja, kill von oben. Geil. Zack. Yeah. Ah, dann haben wir es doch. Ja. Kommt direkt Statistik. Und? Na. 390 Ninja Experte. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte hier Großmeister schaffen, ey. Ah. Blöd. Egal. Äh, 390 Punkte ist nicht schlecht. 29 Mal entdeckt, ja. Keine Ahnung. Boah, viele Items. Oh, da gibt es eine Bärenfalle. Okay. Geil. Zweimal Giftreis. Sehr schön. Aber werden diese Items eigentlich, äh, zufällig gespawnt? Oder irgendwie, wie... Wie wird das entschieden, was für Items man kriegt? Ich weiß es nicht. Oh, es geht direkt weiter ohne Cutscenes. Okay. Hä? Hä? Okay. Ja. Gut. Dann, äh, weiß ich ja auch jetzt nicht, wie es weitergeht. Also auf jeden Fall, wir waren... Wir sind ja auf den Spuren von Prinzessin Kiku. Ja, das ist eine Bärenfalle, ist schon klar. Hä? Und, ja, keine Ahnung, also... Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal, ne? Also es ist ja jetzt hier ein Cliffhanger. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, äh, schneide ich das jetzt zusammen. Und wem es gefallen hat, der lässt doch ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und, ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Ciao, ciao.